Ach Don John, die Frau, die ich gerade angesprochen habe, die hat gesagt, die ist vergeben. Das stimmt wahrscheinlich wieder sowieso nicht, das sagt die nur so. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirtrainer und Datingcoach. Und in diesem Video geht es um deinen Erfolg mit Frauen und wie du diesen immer wieder selbst sabotierst. Ich nenne das Shitty Mindset, das heißt eine negative Selbstwahrnehmung und eine negative Einstellung zu sich und zum Leben, was dazu führt, dass du natürlich auch nicht die Durchbrüche in deinem Datingleben hast, die du gerne hättest. Wenn du jetzt immer wieder rausgehst und Frauen ansprichst und so wie letztes Wochenende im Coaching, der eine Teilnehmer spricht eine Frau vor der Toilette an, sie sagt, ja ist ganz nett, aber ich bin leider vergeben. Und wie ich das gesehen habe, diesen Flirt zwischen den beiden, die Frau hatte ihn gemocht, das hat man gemerkt. Wenn sie Single gewesen wäre, hätte sie sich 100% auf ihn eingelassen. Er hat gesagt, hey mein Freund ist gerade auf Toilette, ich warte auf ihn, deshalb wird das nichts werden. Der Coaching-Teilnehmer kommt zu mir zurück und sagt, die hat gesagt, die ist vergeben und das hat die wahrscheinlich sowieso wieder gesagt. Und ich so, stopp. Warum denkst du gerade diesen Gedanken? Inwiefern bringt dich dieser Gedanke gerade weiter, wenn du erfolgreicher Frauen verführen möchtest? Denk immer daran, bringt dich dieser Gedanke oder diese Frage, die du dir stellst, deinem Ziel, deinem Erfolg mit Frauen weiter? Oder hält er dich davon ab? Baut er dich auf oder zerstört er dich? Ist das destruktiv? Und in dem Fall habe ich gesagt, in der Regel, wenn die Frauen sagen, dass sie vergeben sind, dann sind die das auch. Ich verstehe immer nicht, warum ihr denkt, dass die Frauen das einfach nur so sagen oder nicht. Und ich kann ja mit Gewissheit sagen, so wie du mit ihr geflirtet hast, das war gut, die Frau hat dich gemocht, aber die ist ziemlich sicher tatsächlich vergeben. Und er meinte, stimmt, du hast recht, warum denke ich so negativ darüber? Selbst wenn sie nicht vergeben ist und es wirklich gesagt hat, das bringt mich ja wirklich nicht weiter. Und später sind wir in den Raucherbereich weiter und rate, wen haben wir gesehen? Die Frau, die ihr angesprochen habt, mit ihrem Freund. Heißt konkret, also das hat sich wieder mal bestätigt, dass das einfach nur eine negative Interpretation der Dinge ist. Du hast es nicht gewusst, du hast subjektiv gedacht, ich bin es ja eh nicht wert, ich bin eh nicht so toll. Und genau aus dem Grund sagt die, dass sie vergeben ist. Und ich habe, ich fühle mich minderwertig und interpretiere die Dinge immer zu meinem Nachteil. Das ist das, was du unterbewusst machst, aber nicht bewusst denkst. Und das hält dich halt immer davon ab, wenn du besser werden willst, Frauen zu verführen. Genau, wenn die Frau mal sagt, hey, ich habe kein Interesse. Und wenn du jetzt nicht so überzeugt bist von deinem Aussehen, dann denkst du dir, ha, habe ich doch wieder mal, ist wieder typisch. Ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, dass so eine schöne Frau auf mich steht. Es liegt alles nur am Aussehen, die Frauen stehen nur auf Aussehen oder auf erfolgreiche Männer, die ganz viel Geld haben etc. Und du suchst immer Hinweise und Beweise, die deine negative Selbstwahrnehmung von den Dingen bestätigen. Dabei bringt es dich nicht in keinster Weise weiter. Du musst eher denken, wie kann ich, so wie ich aussehe, so mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe, jenes, was auch immer, trotzdem den Erfolg haben. Und nicht irgendwie in Selbstmitleid versinken, weil du nicht so gut aussiehst oder weil die Frau vergeben ist oder das nur so sagt. Denn es bringt dich kein Zentimeter weiter. Du musst immer fortschrittlich denken und nicht solche negativen Vibes versprühen. Denn was passieren wird, wenn du immer mit so einer Selbstsabotage an die ganze Sache rangehst und die Dinge zu deinem Nachteil interpretierst, ist, dass du einen Frauenhass entwickelst und dass du mit so einem vergifteten Vibe auf die Frauen zugehen wirst. Dass selbst Frauen, die vielleicht auf dich stehen, die dich cool finden, die werden von Grund auf abgestoßen sein, weil du einfach so ein frustrierter Typ bist, weil du einfach eine negative Ausstrahlung hast. Und die Frauen sind gut drauf und lachen und du kommst an, schon so ein bisschen halb missmutig und auch nicht so überzeugt von dir selbst. Was glaubst du, was die Frau dann noch mit dir anfangen möchte? Nicht sehr viel. Wohingegen, wenn du mit einer Machermentalität herangehst, wenn du spielst, um zu gewinnen und nicht, um bloß nicht zu verlieren, dann hast du viel bessere Chancen auch bei den Frauen, wo es sowieso schon klappen könnte, weil du einfach eine bessere Selbstwahrnehmung von der Sache hast. Und du solltest immer reflektiert an die Sache herangehen und nicht an deiner Loser-Identität festhalten. Du darfst dich daran nicht klammern, wenn du erfolgreich werden möchtest. Ich weiß, wenn du in deinem Leben vielleicht noch nicht so viel Erfolg hattest in Bezug auf Frauen, dann ist es so, hast du eine Identität daraus geformt. Hey, ich bin der Typ, der einfach nicht erfolgreich ist mit Frauen. Und was dann passiert, wenn die anfangen, die Leute rauszugehen, Frauen anzusprechen, und auf einmal reagiert die erste Frau positiv, dann wissen sie gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil damit haben die nicht gerechnet. Die haben quasi dann Angst vor dem Erfolg. Oh mein Gott, die Frau, die will jetzt meine Nummer oder die Frau, die lacht, die will sich mit mir treffen. Und dann gehen die schnell wieder aus deinem Gespräch raus, weil sie überfordert sind mit dieser neuen Situation, weil die einfach sich in ihrer Komfortzone wohlfühlen, dass es eh nicht klappt, dass die Frau nicht auf sich stehen. Und das ist ja auch nur eine halbherzige Herangehensweise. Entweder du gehst all in mit dem Killer-Instinkt oder du lässt es einfach bleiben. Aber das Zwischending, das funktioniert nicht. Es ist genauso wie ein Boxer, der entweder boxt und dann seine Deckung frei macht, oder er geht in Deckung. Wenn ein Boxer versucht zu boxen und gleichzeitig in Deckung zu gehen, kann er zum einen nicht richtig zuschlagen und zum anderen kriegt er wahrscheinlich eine aufs Maul. Und das ist genau, was du machst, wenn du mit so einer negativen Interpretation der Dinge, mit so einer negativen Selbstimage an die Sache rangehst, versuchst Frauen zu verführen. Das wird auch dementsprechend nur halbherzig klappen oder gar nicht klappen. Also hör auf dich davon, da wieder festzuklammern an dieses negative Selbstbild und wirst auch feststellen, wenn du dir selber mehr Wert einrollst, wenn du merkst, hey, ich bin ein wertvoller Mann und ich nehme das, was mir zusteht. Wenn du mit dieser Einstellung rangehst, wirst du dich auch öffnen für positive Reaktionen. Du siehst eher die Chancen, wenn du Frauen ansprichst, anstatt die riesigen. Du denkst, hey, eine schöne Frau, das kann ich nutzen, um mich persönlich weiterzuentwickeln, um meine Komfortzone zu sprengen, um rauszugehen und vielleicht habe ich sogar keinen Sex oder vielleicht wird sie die Traumfrau meines Lebens. Du denkst eher dann so, weil du deine Filter öffnest, anstatt dass du denkst, die ist wahrscheinlich eh vergeben oder der Freund da drüben, das ist bestimmt echt ihr Freund, der wird mir gleich aufs Maul hauen und das macht halt sehr viel aus, wie du durchs Leben gehst, ob du mit einer positiven Grundhaltung rangehst und die Chancen wahrnimmst oder ob du negativ bist, dich selbst quasi mehr oder weniger nicht ernst nimmst und deinen Erfolg nicht ernst nimmst und einfach nur spielst, um bloß nicht zu verlieren. Und du wirst auch feststellen, wenn du mit dieser neuen Identität an die Sache rangehst, erstens, du wirst bessere Ergebnisse erzielen und zum Zweiten, du wirst mehr positive Frauen an Land ziehen. Du wirst Frauen bekommen, die ein gesundes Selbstvertrauen haben, gesunden Selbstwert und die ganzen negativen Frauen, die Drama-Queens, die Frauen mit geringem Selbstwert, die kommen gar nicht an dich ran, weil das lässt du gar nicht zu, weil du einfach zu positiv bist und ich sag mal gleich und gleich geselt sich gern. Das heißt konkret, wenn ein Mann mit einem hohen Selbstwertgefühl ankommt und die Frau so eine Bitch ist oder so schlecht drauf, der Mann, der wird das gar nicht respektieren, der wird es nicht akzeptieren, dass die Frau so mit ihm umgeht und ihn blöd behandelt, dann denkst du dir, hey, ganz ehrlich, wer bist du? Schau mich an, ich habe mein Business, ich habe meinen Job, ich sehe gut aus, ich habe erfolgreiche Frauen, warum muss ich mich mit dir abgeben, wenn du nicht mit mir reden willst oder wenn du so blöd reagierst oder immer so komische Spielchen spielst, das brauche ich mir nicht geben. Und dieses Selbstverständnis und diesen Selbstrespekt, den du an den Tag legst, werden auch die Frauen merken, die du ansprichst und umso erfolgreicher wirst du Frauen verführen, weil du gewisse Standards pflegst. Noch ein drittes Beispiel, weil es mir gerade dazu einfällt und zwar früher, als ich im Bus gewesen bin und auf dem Weg in die Schule war, dann haben manchmal Leute sich unterhalten oder gelacht oder auch in der U-Bahn gekichert und ich habe das immer auf mich selbst bezogen, selbst wenn die mich gar nicht wahrgenommen haben, ich dachte immer, die machen sich über mich lustig, die tuscheln, die lästern über mich, obwohl die mich vielleicht gar nicht gesehen haben, obwohl die über was ganz anderes reden und ich dachte immer so, die ganze Welt dreht sich um mich, ich bin der Mittelpunkt und alle schauen auf mich, aber das ist erstens nicht so und zweitens hatte ich früher auch eben einen geringen Selbstwert, wurde auch in der 5. und 6. Klasse gemobbt, das muss ich dazu sagen, das hat sich natürlich auch negativ damals auf meinen Selbstwert ausgelegt, aber ich war so empfindlich, so sensibel, dass ich auch hier wieder eine negative Selbstwahrnehmung hatte, dass ich dachte, okay, da lacht jemand und sofort hat mich so ein Schmerz durchfahren, ich dachte, ah, die machen sich über mich lustig, die lachen über mich und das ist ja rein objektiv gar nicht der Fall gewesen in der Regel, also ganz, ganz selten, dass mal tatsächlich irgendjemand gekichert hat oder gelacht, kann ich mich so gar nicht daran erinnern, aber das meine ich, du bist die meisten Menschen und auch besonders die Männer in Bezug, wenn sie Frauen verführen wollen, die sind so gefangen in ihrem eigenen Denken, in ihrem eigenen Mindset, in ihrem Limiting Beliefs, das ist nicht objektiv die Realität, sondern subjektiv und wenn du halt einen schlechten Selbstwert hast und die Dinge immer zu deinem Nachteil interpretierst, bringt dich das nicht weiter, frag dich immer, hey, bringt mich das, was ich gerade denke, tatsächlich weiter oder hält es mich davon ab, meine Ziele zu erreichen? In diesem Sinne, abonniere nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere die Glocke unten rechts, damit du auch kein neues Video von mir verpasst und wenn du Unterstützung brauchst bei der Umsetzung, weil du merkst, hey, ich würde gerne selbstbewusster auf Frauen zugehen, die ansprechen, daten und verführen, aber ich schaffe es einfach nicht alleine, ich brauche einen Arschtritt und ich bin einfach nicht der lockerste, coolste Typ beim Reden mit Frauen, ich bin nicht so der Smalltalk-Typ, bin da einfach nicht gut genug, dann ist jetzt deine Möglichkeit, dich für die kostenlose Beratungssession zu bewerben, entweder unter dem Video in der Videolink-Beschreibung oder oben links bei dem i, da kannst du dich bewerben, dann werden wir uns deine Bewerbung durcharbeiten und innerhalb von sieben Tagen bei dir melden und dir Schritt für Schritt aufzeigen, wie es wirklich geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.